guck mal kurz das ganze mal leise machen schweben ziemlich laut gerade okay das ist die musik das ist das okay ich habe mir mal gut und zwar habe ich nämlich glaube ich die gute städte gefühl gefunden man den hauptbarnow von berlin hin machen könnte was ich nur kann okay Das war's. So. 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 Sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Einmal war ich in Berlin, aber ich weiß jetzt nicht mehr Berlin, aber ich weiß jetzt nicht mehr Berlin, ob wir wissen, außer... Irgendwie sieht man schlecht aus. Ist auch schon breit. Hier dann die unteren Gleise. Alter, hier wird es ja richtig viel mehr gegeben. Ich habe eigentlich gar nicht wissen, wie viel das kostet. Hm. So. Was wird das erst machen? Lebensmittel und Treibstoffen. Treibstoffen. So. Gucken wir mal, was wir hier haben. Fertig. Achso. So. 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 Jetzt noch die Säge. ...dass sie auch runterfahren müssen. Das ist bestenfalls muss. So machen wir es. Quasi so. So. Das dann irgendwie hier so langfühlt. Automatisch das hier. Das könnte dann Autobahn werden. Zwei Spuren. Und dann können wir die so ein bisschen weiterführen. Okay. Okay. Und dann kann da nämlich theoretisch... nehm ich eine Autobahn auf und Abfahrt hin. Ach das war keine Autobahn auf und Abfahrt. Okay. Und das ist dick. Alter. Ist ja übeltskondensiert. Oh! Haben wir, glaube ich, keine. Okay. Okay. die Kostrunde. Und jetzt wieder rein. Das ist gut. Okay. Perfekte Haken dazu, dann nochmal das entfernt, die hier lang. Okay, jetzt muss ich ein bisschen raus. Das war gut. Okay. Ich habe hier ein paar Bäume. Vielleicht nicht. Hier. Zack, 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 zack. Da geht es hier ein Stadtleben ein. Dann machen wir ja. Zack. Zack, zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. 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 So, shit, sieh' noch tollen. Sog, sog. Ich verstehe nicht, ich kann doch hier nutzen, hier fahren, fahren und hier rein. Ja. Na komm, ich fette jetzt. Daaaah! Ich hätte vielleicht noch ein Ultimo. Das war's für heute. Mh 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 Er wird gut genutzt eigentlich Obwohl er ist jetzt aber 45 Sekunden dort So, gleich geht es aber von 100 auf Die Krone hat uns ab Hier halt, warte mal, kann man das weiter führen zum Beispiel nach So, Schlotheim, Konstanz, Freienburg Hier brauche ich aufteilen nach Fürth, Gärmesberg Gärmesheim Zack So, nehmen wir hier dann Hier dann schnell noch sowas So Wann würde ich in der Zahn erstmal das machen? Ich hab da hier oben einen kleinen Umschlagsbahn aufbaut Mal wieder hier aber so einen So 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 Zack Zack Dann geht es hier hin mit zwei Gleisen Zack Ich habe noch mau Na weangan sein Und's So 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 Ach, Nähe tab tab, tab tab... So So Zuck. 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 Okay. 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 I can't wait. I can't wait. I can't wait. Okay. 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 Oh, das hat ja gepasst, diesmal wieder wie aufs Schnürchen, so, so, der wird ja kein Zuck, 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 zuck. So, da kommt er auf jeden Fall mit schnellerem Lock zustande, jetzt habe ich so eingeloggt mit schnellerem Wagen. Hm, das ist ja leider nur 20. Warte, ich außer dir. So, das ist ja leider nur 20. So, das ist ja leider nur 20. So, das ist krass. Ich sag mal, mit dem Pschied diesmal. Das war zwingend, weil ich dann fliege das mal. Ciao. 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 Ciao.